so hey Leute endlich dies ist das erste Video warum habe ich endlich gesagt ja weil dauernd meine Eltern ins Zimmer einplatzen und das ganze Video ruinieren und versauen und so dies ist eine Doodle Jump Map jetzt habe ich schon Foto fürs Thumbnail gemacht keine Ahnung wie ich das mache dann ich bin schlecht in so was es gibt auch noch kein Intro oder so wird schon noch kommen und ja es ist ein Doodle Jump Map und ich lese einfach mal vor Black Hole Sucks Player Up Brown Plattform ja kennt ihr vermutlich von Doodle Jump alles hier hier Stay Still Moves Away zieht sich doch Pissen ein dann hier die Special Sachen Presure Plate Special Action Propeller Head Jump Boost Spurring Shoes Jump Boost Jetpack Jump Boost alles Jump Boost ich vermute der Jump Boost ist am besten steht hier noch Thanks for downloading Doodle Jump in Minecraft ja die Web kannst du downloaden werde das vermutlich in ins Video verlinken auch denn da was diese man verbaut hat und so es wird für die 1.5 5.2 und dagegen einfach mal ein Player so schub sie will er schon ja da kann ich jetzt in der Ruhe hier oben muss mich nicht wirklich stressen ich kann schon mal sagen es ist nicht gerade einfach das sind sie zurück zurück dann holen wir uns im Namen von ganz Sachen mehr soll jetzt ja es geht hier schwer ich bin aber nicht jetzt mega Bilder Max heiße ich habe einen Account mit Freunden den Liechten also ich gesponten Fakts bin ich und da glaube ich drei Spieler eigentlich laufen weil ich mein eigener nicht gekauft habe sorry dass ich jetzt ich bin mein eigenes Spielwarte zu können diese schlechten Trump zappen wollen es gibt es nicht sie vielleicht auch nur bis verdammt schwer und ich bin das auf dem Weg und große was das gleich in keine Ahnung nicht mal den ersten Trump ein paar Sekunden geschafft haben und ja mir kann er einfach nur in der Luft zu wollen so ist wohl hier es ist nicht so toll gemacht und das Brunner aber es funktioniert die groben Sinne des Wortes und nun zum Kanal was macht die Worte ich mache hauptsächlich Mannschaft denke ich ich bin so schlecht ich bin der Scheiß Shampoos nicht gewöhnt ich hoffe euch reichen jetzt die 30 FPS sonst muss ich das hochstellen das stimmt auf die 60 aber ich denke ihr könnt mir die 30 auskommen so ich bin ein Schampo stich gewohnt ich bin alter wie ich habe noch ja alle die zu natürlich der Einrichtung die zu verbessern also alles von nicht von der Märkte sondern von beiden Spielern all die Klinik ja alle können wir mal ein bisschen Tricks sind wirklich mal denken die Rechte so noch mal auf 4 auch was ist in ihrem Boden gelegen wir konnten das hier merkwürdig Janine gehört sich jetzt mal das nur hergekommen ist Merkwürdig alter er hat uns nichts geschossen gleichzeitig hierher gehen ich finde es schlecht nicht wählen um hier auf die Kante alter ich bin schon Pro-Wertz Pro-Wertz kurzweil generieren die Köln die Maske Eisenstiefel Eisenstiefel an nicht zu den hohen Fallen willkommen scheiße scheiße ja nein nein Kalle ja jetzt jetzt brauche ich mal wieder hier im Scheiß der Welt also nichts ja ich hoffe ihr habt einen ersten Eindruck was ich hier mache vermutlich gar nichts ihr habt euch sich überhaupt nicht ausgekannt und ja dann sage ich mal tschüss dies habt ihr sicher gar nichts gesehen und tja tschö ja 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 Vielen Dank.